so während draußen die bäume erwachsen im inventar aus das heißt das kommt alles hier rein also rote beete können wir noch mal machen wir später noch später muss mir jetzt den kopf machen das kommt nach unten der mit dem inventar das kommt alles hier rein das auch das auch das auch das das hallo hä hallo danke da wie ging das ha so ging das hehehe das ding auch eine richtige achso ne der dinge hat nicht mal balken heißt also das ding hat auch keine verteidigung schade eigentlich na gut quatsch halt nein da nein da ja so scherz beiseite das kann da rein das kann da auch da rein ähm die bleiben bei mir ähm das kommt da rein das kommt da rein hatte ich einmal falsch einsortiert fällt mir noch ein ne hat er noch gar nicht achso dann war das hä wir hatten doch hier auch mal hasenzeug einge lager ne ok ok so äh rotenfleisch kommt da noch mit rein gut und alles ne schallplatte wo kommen die noch mal da zweimal die ne das sind verschiedene die evils sister die doch sind doch die gleichen wow habe ich zweimal die gleiche und da kann man sie nicht mal stecken das ist jetzt aber unfair was hab ich mit dem kreppel muss ich mir noch einen plattenspieler bauen wir haben nicht mal die erwarten ach so viele sorgen und nöte und sorgen nöte wow der ist aber schnell gewachsen gut jetzt halten wir einfach alle beim ab ach man ey das ist wahrscheinlich auch nochmal zwei folgen dauern warum breiten was zur hölle ist denn da los ach du scheiße ähm ähm ha ich glaube die waren das gut ich glaube aus der folge wird das gleiche Tutorial ähm äh lalalalalala ähm mindtest äh äh lalalala ja das sind zwei selber von mir die ich aufgesetzt habe was such items items deutsch äh äh warte mal rein warte mal rein warte mal rein feuer 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 äh feuer feuer nicht aufs ab fahr 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 feuer feuer die müssen aktiviert mein test konflik ok so das heißt ein kleines ähm tutorial zum editieren fahr lech leech 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 let's play konflik nee mindtest und mindtest konflik boom feuer 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 haben wir hier feuer bereits feuer nein das ist noch nicht gut dann müssen wir sie neu definieren ab nach unten Disable Fire gleich war So Aoki Doki Ist das eine Scheiße, Alter Wollen wir mal gucken, ob es funktioniert hat Na komm So, es müsste Stück für Stück wieder ausgehen Aha, ja, geht aus Sehr schön Da wurde ich jetzt in jedem Feuer entstanden Oh, schon viele Items Nice Erstmal hier einsammeln alles Vor allem, das ist das Witzige beim Feuer Wenn ihr Fleisch rumliegt im Feuer Da wird es vom Feuer automatisch gebraten Ist geil Was aber nicht so geil ist, ist, dass es jetzt hier alles kahl ist Das sieht ja aus wie bei Karl Gott Warte, aber wodurch ist das Feuer gekommen? Ist hier Ja, ne, wenn Creep explodiert wäre Da hätte es hier praktisch Der Held, der müsste ja hier eine Explosions Also hier so eine Kuhle sein Irgendwo Das heißt also mit anderen Worten Irgendwo hier drunter ist Lava Und das macht mir Sorgen Das ist Scheiße Das ist richtiger High-End Entertainment Shit Okay, das war's für die Folge Ist keine Saison, eine kleine Out-of-Order-Folge Oh ja, wo man erstmal Feuerbrand beheben darf Von daher sieht man sich gleich wieder zur nächsten Folge Ach du Scheiße Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal